Musik Wir alle sind ausgeregt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wenn die Kunst fängt, müssen wir uns. Die Dokumenta in Kassel ist wieder die größte und wichtigste Schau nicht nur von Kassel, sondern von moderner Kunst überhaupt. Und da müssen wir natürlich hin. Ich habe schon so viel Spannendes gehört. Schrott und Hunde sollen vorkommen oder künstlerisch verarbeitet sein. Und das Museum Frederikkanon ist ja komplett privil sein, habe ich gehört. Darauf bin ich besonders gespannt. Man steht drin und macht sich Gedanken, warum das so ist. Das geht auch erst, wenn man drin steht, vorher noch nicht. Aber hinterher wird es natürlich noch sehr, sehr lange. Morgen geht's weiter.